Hey Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Warcraft 3. Wir starten heute mit dem Kapitel 6 der Untöten Kampagne, die meines Erachtens eine sehr coole Mission ist, wenn ich mich richtig entsinne. Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweihen, Lich? Ja. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um jede Gruppe auszulöschen, die sich der Ankunft der Legion widersetzen könnte. Wie etwa die Streitmacht von Lordaeron und der Hochhelfen? Exakt. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion auslösen soll. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Blackrock-Arcs, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord erreichen und seine Anweisungen empfangen. Ja, die haben einfach... Äh... Sprecht, dumm Kopf! Was ist das, was ist das? Die Muntor rumstehen. Macht nicht schwimmen, oder? Seht. Der Frostbärm. Diese untoten Drachen sind die Lieblinge des Lichtkönigs. Dieser hier wird uns gut, Herr Diebsten heisten. Ein bisschen upgradeen hier, dann muss ich eigentlich auch direkt hochhalten. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Wo soll mein Blut vergossen werden? Wer ist Tier 1? Oh Gott. Was muss offenbart werden? Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dumm Kopf! Gibt's die Schöne? Oh. Ach, Gott. Vorsicht. Ähm. Niemand erteilt mir Befehle. Sprechen greifen ihn aber nicht an, oder was? Frostmone hat Hunger abgeschlossen. Sprecht, dumm Kopf abgeschlossen. Das Leben ist der Vorsicht. Hallo? Sprecht, dumm Kopf. Vorsicht. Nachbarn. Geht schein. Sprecht, dumm Kopf. Sprecht. Ist denn das Leben? Ja, ist der echter. Ja. Vorsicht. Was ein großes Buchfallen. Ist es magisch? Es ist ein Buch der Dämonenkunde. Zweifellos haben es auch seine Kameraden bei sich. Diesen Dämonenanbieter-Orks bin ich schon begegnet. Welche Rolle spielen sie bei alledem? Das, Jüngelchen, ist eine komplizierte Sache. Euch muss genügen, dass sie die Gunst der Legion nicht mehr genießen. Hat Hunger? Ich warte. Ist ja wieder klar. Hier hat man nix. Vorsicht. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ausbau abgeschlossen. Was ist es diesmal? Ich habe nachgedacht. Eine Schicksalverwanderung. Niemand erteilt mir Befehle. Träfst du? Direkt noch einen hinterher. Können das upgraden. Sprecht, dumm Kopf. Das klingt logisch. Niemand erteilt mir Befehle. Du musst nur heilen. Du musst nur Monster uns angeben. Vorsicht. Endlich. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Was? Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. So ist es. Dumm Kopf. Boah. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Oh. 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 Vielleicht erteilt mir Befehle. Frostborn hat Hunger. Meine Garten bewirren euch. Vorsicht. Ist etwas mit dem auch schon abgeschlossen. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Meine Garten bewirren dich. Sprecht, dumm Kopf. Vorsicht. Vorsicht. Ach, scheiße. Sprecht, dumm Kopf. Das ist natürlich Gott Pflicht. Sprecht, dumm Kopf. Wir haben kein Belaugungsgerät. Das ist schon mal gut. Für die Hand der Kraft. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dumm Kopf. We will be back. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Demmanente Produktion. Das ist schon besser. Unsere Streitkräfte sind angegriffen. Upgrades. Ich beuge mich eurem Willen. Ich beuge mich eurem Willen. Was ist es diesmal? Bitte geht es, weiter geht es, weiter geht's. Altar der Dunkelheit-Tfermer. Niemand erteilt mir Befehle. Für Frostisms. Ich höre ganz schnell ganz viele Frostworms. Dummkopf. Endlich. Vorsicht. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. Endlich. Frostmohn hat Hunger. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. So, da schlägt man dann. Was ist das? Warten, bis wir hier noch vor Waste im Land rumstehen. Das ist natürlich wieder so. Sprecht, Dummkopf. Mein Leben für Nersul. Ja, Meister. Euer Befehlmann erteilt mir Befehle. Genau. Vorsicht. Wir sind auch schon gut dabei. Wir brauchen jetzt noch... Ich gehorche mit Freuden. Sprecht, Meister. So, wir sind noch zwei. Erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Bauschung abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Endlich. Ich möchte wirklich eine Anleger halt zurückkriegen, dass ich eine zusätzliche Mine kriege. Sprecht, Dummkopf. Ja, Unbefehlmann. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Ähm. Ja, das ist jetzt nur eine wahre Bezeit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Jetzt ist es abgeschlossen. Aber ich habe schon die Bände am Essen. Angegriffen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Great. Vorsicht. Was ist es diesmal? Vorsicht. Dann sollten wir hier alles zervorieren. Wäre schon geil. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Jetzt werdet ihr leiden. So. Forschung abgeschlossen. Ja, es läuft auch schon mal sehr gut. Oh, die kann man dann aufbauen. Geil. Ich beuge mich eurem Willen. Ich mache ein Ziegelort und zwar da. Mein Schicksal ist besiegelt. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Ausbau abgeschossen. Achso, der ist wohl nicht der. Okay, cool, cool, cool. Sprecht, Dummkopf. Oh, das muss mich hier wieder nach Anker. Niemand erteilt mir Befehle. Meine Garten, wir werden offen. Das klingt logisch. Alter. Was haben die gemacht? Ah, endlich. Ihr habt gerufen? Das klingt logisch. Ich habe nachgedacht. Brennt. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Was ist es diesmal? Was ist das? Ah. Was ist das? Was ist das? Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Sprecht, Dummkopf. Meine Sehkraft gehört auf uns. Einwandfrei. Ich muss hier noch kurz alles platt machen. Und dann Kräuter. Vier. Sprecht, Dummkopf. Wo soll mein Blut verziehen? Auf der Höhe Holz. 170 Holz. Alter. Geht in der andere Holzacken. Hat doch Prei eigentlich gehabt. Da ist einer gestorben. Da ist bestimmt einer gestorben. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Euer Befehl. Meister. Ich beuge mich eurem Willen. Bei 100 und 170. Kommt einmal noch. Und dann bauen wir die. Unser Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, Verdammten stehen bereit. Vorsicht. Ach du Scheiße. Sprecht. Geh beruhig, man. Was ist das diesmal? Versuchs. Sagen Sie ich demere Einsatz? Was ist das diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen! Sagen Sie das Best ý Like Line. Sagen Sie sie bei dir ja. I peoples sinning. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Sagen Sieour Neues, Niemand erteilt mir Befehle. Sagen Sie es hier. Ja. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Was ist es diesmal? So ist es. Vorsicht! Niemand erteilt mir Befehle. Frostmone hat Hunger. Unverzüglich. Vorsicht! Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dumm Kopf! Was ist es diesmal? Endlose Pein wird euch erwarten. Meine Fassel, ey. Niemand erteilt mir Befehle. Die Verdammten stehen bereit. Vorsicht! Äh, aha. Sprecht, dumm Kopf! Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dumm Kopf! Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Sprecht, dumm Kopf! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Clown des Angriffs. Es liegt wie so eine Angriffsmaschine. Was ist es diesmal? Was muss offenbar werden? Sprecht, dumm Kopf! Die Verdammten stehen bereit. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Das ist schon besser. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Ich habe ein bisschen abhängig schon auf den Wichtig. Sprecht, dumm Kopf! Woher? Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dumm Kopf! Was ist es denn? So ist es. So ist es. Das ist schon besser. Das klingt logisch. Endlich. So ist es. Ah, endlich! Niemand erteilt mir Befehle. Das klingt logisch. Frostmourne hat Hunger. War das so knapp? Unglaublich. Vorsicht! Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden angerufen. Cool, cool, cool. Das ist schon besser. Wir verlangen weiteres Holz. Ja, mein Gruß. Was ist es diesmal? Ja, und Vorsicht! Wir müssen den Frostmourne am Leben behalten. Frostmourne hat Hunger. Die verdammten... Was ist es diesmal? Euer Befehl, Meister? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht! Ich habe nachgedacht. Sprecht, Dummkopf! Läuft, läuft, läuft. Drei haben wir jetzt, ne? Sehr gut. Okay, jetzt laufen auch. Das ist schon besser. Vorsicht! Ja, das letzte schon. Und dann haben wir uns den nächsten Prox ausgeteilt. Achso, hat der was fallen lassen? Meine Gaben gewirren euch. Äh, vielleicht habe ich das ausgewünschen auch genommen. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Die Varianten eigentlich aller Arthas geben. Da muss unser Monsterheld werden. Ja, alles richtet. Sprecht, Dummkopf! Forschung abgeschlossen! Ungläubige haben unsere Verteidigung gestreift. Das habe ich befürchtet. Ja, aber an Gold mangelt es gerade nicht. Überhalb so wild. Niemand erteilt mir Befehle. So. Okay, gut, gut. Ja, könnt ihr euch. Ähm. Meine Sehkraft gehört euch. Vorsicht! Sprecht, Dummkopf! Niemand erteilt mir Befehle. Also ich mag die Mission, weil... Ähm. Man so viele Gegner hat. Errichtet mehr Zigohrads. Oh, errichtet mehr Zigohrads. Und durchstall mit Blut vergossen werden. 50 Holz. Vorsicht! Niemand erteilt mir Befehle. Ich wünsche nur zu dienen. Dann bauen wir doch mal mehr Zigohrads. Dort kann mein Schickbeschwören. Was ist es diesmal? Vorsicht! So. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Wahrscheinlich nur noch mal. Vorsicht! Endlich! Die Wiese haben so rein. Schlecht! Dummkopf! Dann bin voll abgegradet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Errichtet mehr Zigohrads. Was ist es diesmal? Okay, cool, cool, cool. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, gut. Nächstes machen wir das und bauen Katapulte. Endlich! Das ist schon besser. Ah, endlich! Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt haben wir auch mal Gold für sowas. Abwechslung zur Abwechslung. Ich wünsche nur zu dienen. Äh... Euer Wille ist... Vorsicht! Ah, endlich! Endlich! Ah, endlich! Ja, 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 kommt, kommt, kommt. Jetzt! So ist es! Vorsicht! Geil! Sprecht, dummkopf! Sehr gut! Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dummkopf! Vorsicht! Sprecht, dummkopf! Ohhhh... Keilung! Und Mina? Ist der Frostmone da? Auf dem Weg, ne? Endlich! Frostmone hat Hunger. Jetzt zurückziehen. Endlich! Frostmone hat Hunger. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ich wünsche nur recht, dummkopf! Ich bin ja meistens nicht. Okay, das hat nicht geklappt. Nachbauen. Sprecht, dummkopf! Frostmone hat Hunger. Oh, sie sind gesloten. Was ist es diesmal? Ich weiß nicht. Sprecht, dummkopf! Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Wie viel fahre ich gerade noch? Zwei? Enden wir. Es ist mehr Gold erforderlich. Vorsicht! Mehr Gold erforderlich, ne? Da arbeiten wir auch gerade. Sprecht, dummkopf! Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Zu. Ja. Läuft. Sprecht, dummkopf! Scrollt erforderlich, jetzt durch. Vorsicht! Sprecht, dummkopf! Ja, waffelst mich. Ja. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt machen wir die noch platt. Nebenbei das abgewehrt. Da oben ist der Held dazu. Was ist es diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Sprecht, dummkopf! Sprecht, dummkopf! Aha, aha. Was ist es diesmal? So ist es. Ah, endlich! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Sprecht, dummkopf! Ich glaube ich sage, super. Zu oft. Na ja. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, Nova. Vorsicht! Ja, unversicht! Sprecht, dummkopf! Bam! Die Nova haut dann so rein, auf einem gewissen Ort. Niemand erteilt mir Befehle. Wird mir hinzufügen. Frostmon hat Hunger. Sprecht! Sprecht! Ja, tun wir ihn jetzt. Hehehe! Vorsicht! Vorsicht! Was ist es diesmal? Das Gnome ist auch vielleicht da. Verdammt! Sie bereit! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, dummkopf! Vorsicht! Sprecht, dummkopf! Vorsicht! Für den Lichtkönig! Sprecht, dummkopf! Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, okay, okay. Sprecht, dummkopf! Ja, viel zu erzählen gibt's gar nicht. Ich versuche rum zu Micron, dass hier keine Einheit stirbt. Mache ein paar Upgrades. Sprecht, dummkopf! Ich halte die Gruppe möglichst voll. Und demnächst geht's noch auf solchen Wagen... Lockerungseinheiten. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist nur das Ziel. Ansonsten... Ist das... Hat er aber nichts weiter? Doch! Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht! Deswegen hab ich die Befehle. Das ist schon besser. Genau deswegen hab ich das. Ja, Meister. Niemand erteilt mir Befehle. Dass wir ja sowas gut abwählen können. Ich beuge mich eurem Willen. Vorsicht! Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Das sind aber auch Warnis, ne? Ich wünsche nur zu dienen. Sprecht, dummkopf! Frostmone hat Hunger. Was ist es diesmal? Ja, Mann, nice. Toll ein Pausel, bitte. Das ist eh sowas schnell mit seiner Aura. Sprecht, dummkopf! Und... Klick, zurück. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Okay, und die sind dann, wenn man die noch wegprügelt, auch Geschichte. Sprecht, dummkopf! So. Niemand erteilt mir Befehle. Wir gucken dann mal noch, ob sie da was vergessen haben. Euer Willen. Euer Willen. Ich kann ja in aller Ruhe das wegprügeln. Und er guckt mal da unten nach, ob's da was gab. Ähm. Ich hab das ja nicht ohne Kondort gebaut. Es soll nämlich wirklich schneller Holz... ...abbauen... ...und nicht nur Zeit lang. Da! Das ist doch... So. Wo ist mein... Gibt's denn überhaupt noch? Mein Schemen? Schemen? Wuhu! Hab ich nicht irgendwo heimgeschickt, wo du gestorben bist? Ja, vielleicht ist er auch einfach... Ach da! Guck an! Guck mal hier hoch, bitte! Sprecht, dummkopf! Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Wir treffen uns hier unten. Ja, ab jetzt sollte es eigentlich straight forward sein. Noch ein bisschen Upgrades machen. Vorsicht! Lagenzgeräte anbauen, wenn man noch ein bisschen mehr... ...Halt hat. Was ist das diesmal? Ah! Endlich! Ich könnte mal noch... äh... ...den Kondel machen. Niemand erteilt mir Befehle. Lassen die mich die ganze Zeit angreifen mit Nerven. Hier. Alles soll offenbart werden. Na, die sind das. Ich gehe umlesen. Sprecht, dummkopf! Hier sind's nur noch. Nur noch die. Was ist das diesmal? Hm? Niemand erteilt mir Befehle. Guck mal hier. Guck mal hier. Lass mal knapp. Das klingt los. So ist es. Was ist das diesmal? Was ist das diesmal? Endlich! Sprecht, dummkopf! Channeling. Was ist das diesmal? Ähm... ... noch ein Belagungsfeld hinterher. Sprecht, dummkopf! Du kannst das zu einem Formen. Das ist schon besser. Vorsicht. Ist etwas nicht in Ordnung. Was ist es diesmal? Eine Schicksal auf die Wahl. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Wir haben es in der Reihe abgesehen. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Das ist wieder grölant. Was ist es diesmal? Kiching, Mermana. Niemand erteilt mir Befehle. Klick, Sarusbräder da her. Ist das? Och, Mann. Können wir alle hier zusammenrufen. Warte, Gott. Nervt das. Und jetzt hier zurück. So, dann haben wir gleich ihn wieder zum Arberieren. Wir müssen da Leute geholt haben. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Aber nice. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Geht alles. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, baue ich weiter hin, ja. Immer weiter. So. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Dann haben wir die auch gleich weg. Niemand erteilt mir Befehle. Achso, wo ist ein Held geschoben? Habe ich denen das schon gegeben? Hm. Ich denke, ja. Frage steigen. Sprecht, Dummkopf. Ich werde eure Auden sein. Äh. Ich sehe es zumindest nicht. Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Ja, was soll ich denn mal auswählen? Niemand erteilt mir Befehle. Ich werde immer noch Kot besiegen und dann wofür. Unsere Streitkräfte werden angewägt. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Die holen auch nicht Holz an, spitzenmäßig. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Ja, jetzt warten wir noch, ob das eine Belagungsgerät ist. Und dann sollte das hier eigentlich ziemlich schnell gegessen werden. Niemand erteilt mir Befehle. Wohlt man Schämen. Das könnte ich eigentlich auch mal auf eine Zahl legen. Ähm, was soll. Meine Sehkraft gehört euch. Sprecht, Dummkopf. Okay, cool, cool, cool. Ich muss auch nicht so wichtige Aufwärts machen. Äh, das ist schon ein Aufwärts. Dieses Lager schützt das Dämonentor. Besiegt diese Orks schnell, damit ich Verbindung mit Dämonenlaute bekomme. Verstanden. Mir Befehle. Endlich. Oh Gott. Endlich. Frostmoon hat Hunger. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Okay. Was ist es diesmal? Ich muss ihn auch produzieren, aber ansonsten, dieser fehlt es für einzelte Proluster. Äh. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. Äh. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Gut, das ist es. Niemand erteilt mir Befehle. Eins auf alles. Ah. Endlich. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Oh Gott. Da geht er auf ihn. Da geht er auf ihn. Da geht er auf ihn. Vorsicht. Danach noch einen Wurm. Ein bisschen Mangelisens. Ähm. Naja, okay. Wo ist denn so ein Ghul? Oh, hi. Oh mein Herr Kuh. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Ist der Ghul ist tot? Ja. Perfekt. Niemand erteilt mir Befehle. Bleibt es noch kurz mehr, Niemann-Kumpel? So. Meine Feier. Immer noch mal. Ich werde hier noch ein bisschen erkunden, ob es da hinten noch irgendwas gäbe. Da gibt es noch Frolle, die würde ich vielleicht vorher besiegen. Was muss ich machen? Oh, ich war das nicht schön. Dann ziehen wir uns mal kurz zurück. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Ja, unverzicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Das muss offenbart werden. Was ist es diesmal? Super. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Endlich. Ich habe jetzt ein cooles Item verlassen. Ich habe jetzt mehr Slots. Mit einem zweiten Helden. Wie läuft es das eventuell? Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Und? Wo ist ein Halter? Na, kriegt erstmal. Jetzt, Frostmourne! Ich muss mal alles in der Zerstörung. Ich weiß nie, ob es da was gibt. War noch alle. Ich habe in der Zerstörung. Ich habe in der Zerstörung eingestürzt. So durch? Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Keine Grund zur Sorge. So. Ich wünsche nur zu dienen. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Das ist schon besser. So. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Aber nice. Was ist es diesmal? Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Lange nicht anhalten. Kommen auch noch hinterher. Irgendwelche Belangwürden Upgrades. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Ich bin voll gestalt durchgegriffen. Meister, Vorsicht. So. Naja. Ich kann hier vielleicht nochmal... ...einen Hinbau-Scheiß machen. Wie nennt sich das? Und unser Fall. Macht halt in dem Gebiet prozentuellen Schaden des Lebens, glaube ich. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Das Verrückte ist nur halt, dass es auch auf Freude geht. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Sack, Russetzung. Eins. Fünf Russen mehr, das ist schon längst. Ja, dann sollte das jetzt eigentlich... Achso, wir haben es sogar geschafft. Abgeschossen. Wunderbar. Ach nee, das war das Upgrader. Äh, super. Die Monster sind besiegt. Das Dämonentor gehört euch, Lich. Ich rufe euch, Archimond. Euer unvertänigster Diener wünscht, Audienz. Ihr habt mich gerufen, kümmerlicher Lich. Und hier bin ich. Ihr seid Kel'Thuzad, richtig? Ja, Großmächtiger. Ich bin der, der euch rief. Wohlande. Ihr müsst ein spezielles Buch finden. Das letzte erhaltene Zauberbuch von Medivh. Dem letzten Wächter. Nur seine verlorenen Beschwörungen sind mächtig genug, mich in eure Welt zu bringen. Wo soll ich danach suchen, Großmächtiger? Reist in die Stadt der Sterblichen namens Dalaran. Dort wird das Buch verwarmt. Heute in drei Tagen, zur Dämmerstunde, beginnt ihr die Herbeirufung. Okay, drei Tage Zeit, um ein Buch aus Dalaran zu holen, was die Zaubererstatt ist. Na ja. Da haben wir sonst nichts vor. Super, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und das nächste Mal geht es weiter in der Untoten-Kampagne. Die nähert sich das schon ganz langsam am Ende und wird es dann noch ganz schön schwer hinten aus. Ja, wie auch immer. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.